Das alles habe ich heilig Abend gegessen und getrunken. Losgelegt habe ich einmal mit Bart. Das ist polnische Rote-Beete-Suppe. Habe ich zum ersten Mal probiert in meinem Leben und war richtig lecker. Dann ging es weiter mit meinem Tellerchen. Da habe ich mir einmal Pierogi draufgelegt mit Pilz- und Krautfüllung. Lecker Kartoffelsalat, Bigos, das ist so Krauteintopf, war richtig lecker. Da waren dann auch noch lecker Wiener Würstchen drin. Die habe ich mir dann auch gegönnt. Ich glaube, man sieht, mir hat so viel mehr geschmeckt. Weiter ging es dann auf jeden Fall noch mit den Kohlrouladen nach polnischer Art. Richtig, richtig lecker. Vor allen Dingen noch dieses Brot in diese Tomatensoße tunken. Das schmeckt so lecker, Leute, ich sage es euch. Ich habe mir noch zwischendurch Sprite gegönnt. Dann gab es natürlich auch noch was Süßes. Meine Mama macht das beste Terramozo, mein Papa die leckersten Mohnrollen. Und ich habe dann noch lecker Bratäpfel gemacht.